Ähm, kann ich mir hier nicht irgendein Ziel-Ding markieren? Wo ist denn mein Bauernhof? Ist das mein Bauernhof? Nee. Ich glaub, das ist mein Bauernhof. Kann das sein? Ach komm, Bambi, wir gehen einfach. Ach, guck mal, das ist eh gut. Ich muss nur noch mit Meister Low sprechen. Wenn's nicht mir interessiert ist, muss ich ihm halt noch eine Liane geben. Ich hoffe nur gerade, dass ich richtig gehe, ganz ehrlich. Shit. Ja, ist ja gut. Ich geh immer ein bisschen zu schnell. Kommt das da mit, wenn ich da runterspringe? Ich bezweifle es. Ähm, kommst du? Wir werden schon irgendwie nach Hause finden. Scheiße. Es ist halt so scheiße, weil ich gerade gar nicht weiß, wo ich eigentlich hin muss. Warte mal ganz kurz. Ähm. Wie heißt denn mein, mein Hof? Hofi? Ich glaub, das ist dieser Südfeldhof. Oder zumindest da in der Nähe. Also einfach mal Kurs halten. Na komm. Na komm mal mit. Shit, ich bin jetzt irgendwo ganz anders. Guck mal. Ah! Jetzt hab ich mein Bambi verloren, weil ich da reingefallen bin, oder was? Was soll denn der Quatsch? Bambi? Oh, ist es noch da? Gott sei Dank. Es hat auf mich gewartet. So, die Dunkelheit tut mir gerade nicht gut. Ich weiß gerade nicht so genau, wo ich eigentlich bin. Ähm. Habe ich gar keine Aufgabe mehr, ähm, die was mit meinem Zuhause zu tun hat? Warte mal. Nee, das geht nicht. Stein der Weisheit. Ich versuch's einfach weiter. Komm mal mit. Also ich glaub schon, dass das irgendwo hier war. Oh, da ist ne Liane drin. Das ist gut. Ich glaube, mein Hof ist der da hinten. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir hier runterkommen. Komm mal mit. Du kommst jetzt einfach mit. Ja, du sollst doch auch mitkommen. Jetzt verschwindet's gleich, weil's hell wird. Pass auf. Hm. Wo kommt man denn da runter? Also da ist es erhöht. Komplett. Das heißt, ich muss so gehen. Die Musik erinnert mich auch immer wieder an Viva Piñata. Das ist voll anstrengend, gerade diese Viecher da mitzunehmen. Jetzt komm halt mit. Mein Gott. Also das könnten sie noch ändern, dass das nicht so langsam ist. Das ist ne. Da ist noch einer toll. Aber ich will jetzt den da behalten. Schau mal, wie er hoppelt. Und jetzt komm ich dann an, an meinem Hof. Und dann steht da irgendwie so was. Ja, den kannst du noch nicht adoptieren. Du hast noch nicht, äh, die nötigen Sachen dafür oder so. Jetzt hab ich ein rosa Shampoo. Voll gut. Ich hab ne kleine Katze gefunden. Und ich hab mein, äh, Dings verloren. Komm wieder mit. Mein Gott. Das gibt's ja nicht hier. Kommt man denn hier mal runter? Also mit Tier meine ich, weil... Der ist nie hier. Der ist nie hier. Puh. Ach, jetzt... Häng doch nicht da fest. Komm. Das gibt's doch nicht. Was tut er da? Jetzt komm mit. Ich hab gleich keine Geduld mehr dafür. Ganz ehrlich. Ich... Ich glaub, ich bin eh schon wieder ganz... Ich bin ganz falsch. Hier war ich doch noch überhaupt nicht. Nee, hier war ich auch echt noch nicht. Schau mal einfach, was hier noch so schönes ist. Kaputt. Ich guck mich jetzt hier einfach um und, ähm... Ich versuch erstmal noch keine komischen Viecher in meinen Bauernhof anzuschleppen, weil... Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das überhaupt grad machen kann. Und dann geb ich mir total viel Mühe und dann geht's vielleicht eh nicht, also... Okay, das geht noch nicht. Und... Hui! Hey, guck mal, eine halbe Wurst ist da unten. Eine halbe Wurst. Wie bei so Bentos, wenn man die so wie ein Oktopus macht. Wimbovik. Okay. Wimbovik, was hast du mir zu bieten? Das sieht hübsch aus. Meine Kinder haben weniger Ehrgeiz als ein altes Groffel im Heu. Um das zu ändern, mache ich einen Wettstreit. Wer von den beiden bessere Möbel machen kann. Ich wünschte, Govard und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich dem Gewinner schenken werde. Toll. Holz. Tova ist so streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes, aber sie haben einfach andere Träume, als Möbel zu machen. Hm. Ja. Ich möchte Tova zeigen, was sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten, aber ich brauche deine Hilfe. Mit dem richtigen Material könnten sie etwas machen, auf das Tova stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf dieser Liste bringen? Können sie doch selber machen, oder? Ach, warum macht Vater das? Ich möchte nicht mit Gotha konkurrieren. Ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Kennst du Kernholz für mich besorgen? Es ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern würde. Du bekommst das Holz vom Vidor Burbaum, der südwestlich von Springmoor weg ist. Hey du, vielleicht kannst du mir helfen. Diese Lieferung Holz muss nach Springmoor gebracht werden. Ein gutes Geschäft. Für ein paar Stücke Holz bekommen wir von ihnen eine Planke. Ich habe kein Holz übrig. Fälle Bäume mit deiner Axt und besorge so die 18 Stück Holz, die sie brauchen. Okay. Da ist noch einer. Tische und Stühle. Bäh. Ich möchte wirklich keine Möbel machen. Aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen. Wie ich immer wollte. Hey, kannst du mir mehr Goldminze bringen? Es ist die perfekte Holzbeize. Und Vater wird total beeindruckt sein. Wie sie alle am Schummeln sind hier, ne? Ich soll denen die ganzen Sachen bringen. Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Ah stimmt, ich müsste ihnen noch ein bisschen Holz fällen, gell? Dann machen wir das. Hacke, Hacke, Kuchen, das Holz, das ist geriefen. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Sunder Wind, Wildnis, Steinbrücke. Stein 56 von 20. Den Rest hast du leider noch gar nicht. Okay. Ach Gott, so lange Haare und dann so eine Hitze. Das ist echt warm. Mondseidenblume, Mann. Ich habe gedacht, das wäre die, die ich brauche. Und dabei habe ich schon wieder eine neue Sorte gefunden. Hacke, 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 Kuchen. Kann man da unten auch schön langlaufen? Nö, weil ich dann ertrinke. Wie immer halt. Oh, ich wollte mir ja noch meine Haare färben. Moment. Ja, das finde ich gut. Sonst sehe ich noch etwas seltsam aus, aber naja. Ich werde schon noch bessere Sachen bekommen, oder? Ah, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Mal die Beine ein bisschen hoch tun. Wenn ich es schaffe. Ich habe hier so ein Fell liegen, was eigentlich auch bescheuert ist, dass es nur noch auf meinem Stuhl rumliegt. So. Was ist das nochmal? Ach ja, da ist auch die zweite Katze. Eine seltene Katze mit lila Fell. Hm. Was kann ich denn damit machen? Jess ist bestimmt schon weg, weil sie sich nicht spoilern lassen wollte. Aber sie hätte es vielleicht gewusst. Ja, ja. Wo? Wo ist das Tier, das ich gerade entdeckt habe? Da steht Tier entdeckt, aber wo? Sägewerk Konk. Toll. Da, 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 da. Süß. Süß. Ganz, ganz putzelig. Ah, jetzt habe ich Springmore entdeckt. Oh. Ich hörte, Abracam hat viel zu viele Ausrüstungswaren. Da solltest du hingehen, wenn du welche suchst. Was möchtest du hier? Ja. Willkommen im Sägewerk Konk. Aus zehnmal Holz können wir einmal Planke machen. Wie viel Stück möchtest du herstellen? Ich kann eh nur eins. Aber wenn ich schon mal da bin, dann probiere ich das einfach mal aus. Fluffjungen sind so süß. Hier so dastehen. Hm? Nicht das Headset. Ah, okay. Wilfried. Wilfried. Aber irgendwo hier ist noch was. Hm. Ich glaube da oben. Bam, 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 bam. Ist das nicht eine Blume? Blümchen. So, dann muss ich jetzt weiter Hacke, Hacke Holz spielen. Oh, wisst ihr, was mir gerade voll auffällt? Das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Es tut mir so leid. Mein Bild. Mein Bild ist nämlich genau... ...über den Aufträgen. Ich glaube, hier ist das Einzige, wo ich mich gerade hinsetzen kann, wo nicht irgendwas ist. Mensch, tut mir voll leid. Aber ich habe es euch ja immer vorgelesen, was ich brauche. Ich habe das gerade überhaupt nicht gesehen. Sau blöd. Aber jetzt seht ihr das auch. Das ist doch besser. Hm. Du hattest keinen leichten Start hier, was? Ich kann dir nicht viel anbieten, aber nimm bitte meinen zweiten Pickel. Äh, ich schenke ihn dir. Der heißt Klemme. Ach, moin. Aber das ist cool. Jetzt habe ich einen Pickel bekommen, dass sich das anhört. Nein, wirklich. Ich meine es ernst. Der ist umsonst. Haue Stein, dann hast du es fein. Das könnte von mir sein. Rock'n'Roll. Du musst die gefundenen Geiste einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. Sehr gut. Habe ich. Und viele, viele warme Haare. Äh, Sekunde. So. Ich habe wieder die Düsternis empf... Äh, empf... Empf... Ja. Ja. Wunderschön. Wunderschön gesprochen, Chiba. Ähm, das hohe Gras. So, was haltet ihr davon? Es wäre jetzt dann gleich fünf, dass wir jetzt wieder mit Diablo weitermachen. Ich hätte Lust drauf. Ich habe aber auch gerade Lust auf das. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Achso, das ist kein Baum. Hallo, Foxy. Ich würde vielleicht noch einen Auftrag machen hier und dann wieder Diablo. Aber ihr dürft entscheiden. Ich mag beides. Ich mag beides. So, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen wegen dem Auftrag. Ähm, hatte ich nicht gerade den? Ja, mit Meister Low sprechen war da eigentlich gerade. Das heißt, ich gehe so rum zurück und benehme noch die zwei Fragezeichen. Oh, ein Spinnennetz. Cool, das kann ich sogar schon wegmachen. Dass ich halt auch die ganze Zeit wieder was finden muss. Ah, ist nur was Kleines. Diablo. Das wundert mich jetzt nicht, Dragoon. Oder soll ich Legend of the Dragoon spielen? Ich finde es immer noch lustig, dass du deinen Namen wirklich von da hast. Das blöd, wenn da so viel ist. Dann muss man so lange schalten. Goldärzt. Und ganz viele Pilze. Ihr wisst, was das heißt, ne? Runde Zöpfe. Aber ihr wisst, was die, was die für ein Pilze bedeuten. Ach, das ist ja süß. Die schaut zwar immer noch ein bisschen seltsam aus, aber... Dafür kann ich ja nix. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich wollte es auch echt nochmal spielen. Ne Katze! Ne Katze! Oh, war süß. Ich frage mich echt, wo die ganzen... Oder ob die irgendwas können? Diese süßen, niedlichen Kätzchens. Kätzchens. Katzielein. Katzielein. Hi, Firo. Hey. Äh. Hast du meine Groffis gesehen? Es sind Prinzessin Glitzer, Fluffikins und Mr. Peabody. Sie sind solche Lauser, meine Groffis. Wir wollten gerade unseren Morgentier trinken und Kleider anprobieren. Da waren sie plötzlich weg. Ich weiß, dass du mir helfen willst. Fluffikins wird ganz verängstigt sein. Eine Spur von Schleifen würde dich direkt zu ihr führen. Klar. Die haben aber noch Zeit. Ich möchte nämlich erst mal... Das nervt mich, dass immer die, mit der ich gerade rede, dass die ausgewählt wird als Quest, als aktuelle. Also mit Meister Low sprechen. Äh, also mit Meister Low sprechen. Ich will nur kurz schauen, was ist denn das hier für ein Kreis? Das ist irgendwie komisch. Hm. Weiß auch nicht. Gut. Einmal durch meine... Durch meinen Stall durch, den ich jetzt endlich wieder gefunden habe. Gehen wir zum Meister Low. Das ist nur das Schildchen, das passt schon. So. Jetzt muss ich mir langsam mal was zu trinken wieder aufholen. Deswegen sage ich, ich würde jetzt noch diese Aufgabe abschließen, dann gucken, was noch offen ist. Eventuell noch eine abschließen, dann Pinkelpause, was zu trinken holen. Das wird nicht kombiniert, keine Sorge. Und dann spielen wir wieder mit Diablo weiter. Dann gibt es wieder Diablo. Gut gemacht, ich hoffe, du fühlst dich hier nun mehr zu Hause. Tritt ein und ruh dich aus. Morgen solltest du mehr von GmR erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von einer vermissten Schiffskameraden.